Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wort zum Sonntag. Ich möchte in dieser Folge auf die Bundespolitik schauen. Dann möchte ich auf die europäische Ebene schauen. Dann möchte ich mir insbesondere die E-Privacy-Verordnung anschauen. Was das ist, sage ich gleich. Und dann wählen wir ja auch in der nächsten Woche die Europäische Kommission. Auch da will ich noch ein paar Worte zu verlieren. Dann gibt es eine, wie ich finde, sehr erschütternde Studie über Judenhass. Und da möchte ich auch noch was zu sagen. Und last but not least will ich euch noch mal an meinen Gewinnspiel erinnern. Ihr könnt natürlich immer noch eine Fahrt ins Europäische Parlament mit mir gewinnen zum European News Event 2020 mit dem einfachsten Hashtag mit Timo ins EP 2020. Dazu am Ende aber noch mal mehr. Vielleicht schauen wir als erstes gemeinsam auf die Bundespolitik. Da gab es zwei Parteitage. Zum einen ist bei den Jusos Kevin Kühnert mit dem besten Ergebnis seit, ich glaube, 50 Jahren gewählt worden. Mit knapp 89 Prozent wurde Kevin als Vorsitzender der Jusos bestätigt. Das ist ein wahnsinniger Vertrauensbeweis und eine Anerkennung für die Leistung, die er gemacht hat in den letzten Jahren. Und man muss auch mal ganz deutlich sagen, er führt einen Verband mit über 80.000 Mitgliedern, sind fast so viele wie die Grünen. Und diesen Verband so zu führen, dass man so einen großen Rückhalt hat, ist wirklich schon etwas Besonderes. Und das zeigt, dass Kevin im Moment sehr viel richtig macht, wie ich finde. Die Partei, die SPD auch wieder treibt. Und deswegen halte ich auch seine Kandidatur für den Bundesvorstand der SPD für sehr richtig. Auch wenn wir draußen gerade die Sirenen angehen, das hat aber nichts mit Kevin zu tun. Es gab einen weiteren Parteitag, den Parteitag der CDU. Und da war im Vorfeld ja einiges an Feuer auf die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer eröffnet worden. Ich weiß nicht, wer die Folge, die letzte, eine der letzten Folgen Lanz geguckt hat. Da wurde sie öffentlich angegriffen und sozusagen deutlich gesagt, die Fraktion sieht sie nicht, oder Teile der Fraktion, der CDU, Bundestagsfraktion, sehen sie nicht als Kanzlerkandidatin. Die Junge Union rund um Tilman Kuban haben beantragt auf dem Parteitag, dass über den nächsten Kandidaten, die nächste Kandidatin einer Urwahl abgestimmt wird. Das heißt, jedes Mitglied die Stimme bekommt und da ist dann die Hoffnung, dass Friedrich Merz sozusagen gewählt wird. Und dann ist Annegret Kramp-Karrenbauer die Hutschnur geplatzt und sie hat gesagt, lasst uns das jetzt hier auf diesem Parteitag klären, hat die Machtfrage gestellt und von all ihren Kritikern, die wirklich wochenlang, monatelang angeschossen wurde, kam nichts. Aber die Kritiker haben sich dann nicht aus der Deckung getraut. Sie haben sich nicht getraut anzutreten. Das bedeutet, Annegret Kramp-Karrenbauer ist weiter Vorsitzende. Am Ende ihrer 90-minütigen Rede, das muss man auch vorstellen, 90 Minuten, Am Ende ihrer 90-minütigen Rede hat sie Standing Ovations bekommen, einen Riesenrückhalt und der Antrag der Jungen Union dann in einer Direktwahl entscheiden zu lassen, ist auch, ich glaube, mit 79 Prozent mehr als deutlich abgelehnt worden. Also insofern, diese ganzen Angriffe, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, gipfelten dann in einem großen Nichts. Und dann noch ein letzter Blick auf meine Partei. Die SPD sucht ja noch ein Führungsduo und im finalen Rennen sind Olaf Scholz und Klara Geiwitz auf der anderen Seite und Saskia Esten und Novabodin einen tollen Auftritt auf dem Juso-Bundeskongress hingelegt haben. Und da wissen wir dann am 29. Bescheid, bis dahin darf ja gewählt werden, wer gewonnen hat. Und insofern schaue ich in der nächsten Folge Wurzeln Sonntag insbesondere auf die Kandidatenfrage bei uns. Und jetzt lasst uns gemeinsam mal nach Europa schauen. Ihr wisst, es gibt die Europäische Datenschutz-Grundverordnung, die das Recht auf Privatheit, auf Datenschutz herstellen soll. Aber das ist nur eine Säule. Es gibt daneben noch ein zweites wichtiges Gesetzesinstrument. Das ist die sogenannte E-Privacy-Verordnung, also elektronische Privatheitsverordnung. Und diese Verordnung ist lange blockiert worden im Rat. Die Mitgliedstaaten konnten sich nicht einigen. Jetzt haben sie sich endlich geeinigt, aber die Einigung ist absolut nicht tragbar. Drei Dinge stören mich ganz besonders. Erstens, in Artikel 6 wird festgeschrieben, dass Kommunikationsdaten verarbeitet werden dürfen, und zwar in einem großen Umfang, ohne dass es die Zustimmung des Betroffenen bedarf. Das ist für mich ein absolutes No-Go. In Artikel 10 wären Vorgaben für Einstellungen zur Privatheit der Kommunikation vorhanden gewesen. Diese Privacy-Settings fehlen jetzt. Auch das geht für mich gar nicht. Und im Erwägungsgrund 21 haben sich die Mitgliedstaaten darauf geeinigt, dass man Cookies sehr wohl noch benutzen darf für Werbezwecke. All das läuft meines Erachtens dem Ziel der E-Privacy-Verordnung, mehr sozusagen das digitale Briefgeheimnis herzustellen zuwider. Und deswegen ist dieses Verhandlungsmandat wirklich eine Katastrophe. Und im Trilog wird es jetzt darum gehen, dass wir als Parlament all diese Dinge bekämpfen. Und das wird wirklich spannend werden. Und ich werde euch dazu natürlich weiter auf dem Laufenden halten. Und in der nächsten Woche wählen wir jetzt auch final die Kommission. Ich habe euch ja ausführlich darüber berichtet, dass Frau von der Leyen einen schweren Start hatte. Erstens ist sie nur selber knapp über die Hürde gesprungen. Dann wurden drei ihrer Kandidaten aussortiert. Und jetzt hat sie drei Ersatzkandidaten gefunden. Eine davon hatte auch noch mal zusätzliche schriftliche Fragen bekommen. Jetzt steht ihr Team. Es ist nicht mehr genderbalanced, ehrlich gesagt. Und insofern wird es sehr spannend, wie dann das Ergebnis nächste Woche in Straßburg ausfallen wird. Auch dazu werde ich euch natürlich berichten. Und jetzt zu einer Studie, die mich persönlich unfassbar betroffen macht. In einer Untersuchung der ADL haben 24% der Menschen in Europa antisemitische, antijüdische Tendenzen, eine antijüdische Haltung. Auch 24%. Und das ist ein sogenannter Index-Score. Das heißt, man zählt nur in die Gruppe der 24%, wenn man auf einem Fragebogen bei mehr als der Hälfte der Fragen antijüdische Aussagen getroffen hat. Und ich finde, das ist krass. Am meisten antijüdische Haltung gibt es nach dieser Untersuchung in Polen und Ungarn. Deutschland liegt mit 15% im Mittelfeld. Am besten für Jüdinnen und Jüden ist die Stimmung tatsächlich in Schweden. Und wenn man sich die Zahlen noch weiter anschaut, dann kommen da echt Zahlen zum Vorschein, wo man sich nur die Haare raufen kann. Zum Beispiel 74% der Polen und Polen sagen, dass die Juden zu viel über den Holocaust sprechen. In Deutschland sind es noch 42%. Das muss man sich mal vorstellen. In dem Land, das die massenweise Tötung von Juden in Betrieben hat, die Millionen von Menschen ermordet haben, sagen jetzt noch 42%, dass diese Menschen, denen dieses Schicksal widerfahren ist, in ihren Familien, dass sie zu viel über den Holocaust reden. Das ist für mich völlig unverständlich. Kleines positiver Lichtblick ist, dass die Zahlen rückläufig sind in Deutschland und dass man auch sagen muss, dass die antijüdische Haltung bei Älteren stärker und höher ist als bei der jungen Generation. Also insofern kann das ein Generationenkonflikt sein. Aber mir waren diese Zahlen in diesem Ausmaß nicht bewusst. Und das macht nochmal deutlich, wie sehr wir für Menschenrechte, für Religionsfreiheit, für Gleichheit, für Antirassismus eintreten müssen, damit nicht wieder eine Gruppe ausgegrenzt wird oder auch mehrere Gruppen ausgegrenzt werden und im schlimmsten Fall wieder ermordet und in KZs vergast werden. Da müssen wir alle gemeinsam als Gesellschaft zusammenstehen und es muss der Spruch gelten, wehret den Anfängen. Und nach diesem doch sehr dramatischen Thema möchte ich noch einmal auf ein etwas schöneres Thema zu sprechen kommen. Ich verlose immer noch eine Fahrt ins Europäische Parlament nach Straßburg vom European News Event. Ihr müsst dafür zum Zeitpunkt der Fahrt, jetzt ist mir gerade das eine Licht ausgegangen, ich mache es jetzt eben zu Ende, ihr müsst damit zum Zeitpunkt, ihr müsst zum Zeitpunkt der Fahrt 18 Jahre alt sein, also jetzt könnt ihr auch noch jünger sein und ihr müsst mir einfach nur einen Beitrag per E-Mail schicken oder auf Instagram, auf Twitter mit dem Hashtag mit TimoNCP2020, warum ihr Europa so gut findet und warum ihr mit zu dieser Fahrt wollt. Ein Sendeschluss ist bald, also legt euch ein bisschen ins Zeug und beilt euch und ich vereine mich jetzt auch, bevor die nächste Lampe ausgeht. Bedanke mich fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal haben wir ja schon mal zwei Themen, Europäische Kommission und SPD-Parteivorsitz. Wenn ihr noch Themen habt, die ich mal besprechen müsste, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Lasst mich bitte wissen, ob euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und wenn es euch besonders gut gefallen hat, abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Bis dahin, macht's gut, kommt gut in die neue Woche. Ciao.